Meinst du, der Kampflauf mit dem müssen wir eigentlich fertig werden? Da sind noch alle Minen, also lege ich die drei Minen jetzt mal zu dem anderen Kern hier unten. Der Schwamm macht mir noch ein bisschen was zu sagen. Was? Der Schwamm macht mir noch ein bisschen was zu sagen. Der Schwamm ist schnell kaputt. Der Schwamm kriegen wir schnell kaputt. Auf den kann ich mich ja konzentrieren. Ja. Du sollst ja eigentlich auf die Kampfläufer unten konzentrieren. Kann man. Also ich... Wir können das so machen, dass ich wieder dahin gehe, wo Markus jetzt ist. Mhm. Weil ich mache eh am wenigsten Schaden und ich mache guten Schaden an den kleinen Viechern. Na gut. Markus da unten mithilft, weil der hat einzelne Schüsse. Ich mache nämlich am wenigsten Schaden an den Kampfläufern. Vor allem, wenn ich hinter euch schießen muss, weil ich treffe auch so schon wenig. Okay. Mhm. So, dann lege ich mal hier die drei Minen aus, so. Ja, ich habe noch Kohle. Wohin damit? Ach, der Raketen... Der Raketentrum. Schön. Schön, dass es jemand einsieht. Ach, und die RCP noch ein bisschen. So. Ja, dann gehe ich auf den Schwamm. Nee, musst du nicht. Du gehst runter und hilfst bei den Teilen mit. Mhm. Du gehst nicht auf den Schwamm. Der Schwamm, den kriege ich... Obwohl, den Schwamm, da muss man eigentlich fast gar nichts machen. Da kann ich mich kurz hintersetzen. Weil du bist wirklich sinnvoller aufgehoben da bei dem anderen Teil. Ja. Mendo. Ja. Da müssen wir doch zustimmen, oder? Ja. Ja, aber... Schwämme sind so cool. Das muss ich überhaupt nicht konzentrieren. Ja. 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 Mensch, das ist옆me. Ja. Oh, so, so. Right, focus this time. Ach, ich liebe das. Ach, ich bin schwach vergetan. Genau deswegen wollte ich auch nicht bauen. Bin aber dran. Bin aber dran. Ja, ich hab vollkommen, dass ein halbwäsche Pump. Mhm. Okay. An dem Ding, ich werde dran. Ich glaube, ich schau dir an. Okay, dann mache ich den anderen. Also, mir klingt, als würde er gleich auseinanderfallen. Könnte knapp werden mit. Ich weiß ja, ich hab noch geistig verlegt. Ich bepp hier meinen zweiten. Okay, dann mache ich den ersten mal mit. Ach, der. Ich dachte schon, der geht auf den anderen Kern. Ist der jetzt irgendwie toll gewesen? Ja, genau. Jetzt, wo es gegen Ende geht, mache ich den Griff mit 20.000. Es geht. Ich finde, der ist einfach super. Ehrlich. Ich glaube, jetzt sollten wir oben nochmal wieder ausbauen. Das ist geil, was wir vorbeiraten. Mhm. Mach dir das mal. Ich bleib da. Ich stehe, weißt du nicht. Ich würde gern Simon die Punkte geben, aber der läuft immer hin und her. So, danke. Zehn Punkte hier noch. Da mein. Ja, okay, gut. Dann ist das unten jetzt sicher, setz ich. Und noch alles. Und unten kommt noch nichts, Leute. Ach so, das ist die Runde. Ja, komm, die haben wir locker. Immer in der Tasche. Wo soll ich hingehen? Du kannst zu den Fliegeviechern mitgehen. Stimmt. Die kommen ja eh früher. Ich kann mich nicht nach Braunenheim machen. Eben. Geh mich wieder hier hin. Hier stehe ich nämlich ziemlich gut. Ihr macht dann mal. Ich bin dabei, ja. Aber Runde 7 sollte ja wieder eine Warterunde sein, ne? Ja. Hoffe ich doch. Mist, ja. Ja, Runde 8 kommt dann. Ja, ich weiß das noch. Ich weiß das noch. Wir sind auf der Weg. Bist du doch hier? Hi. Ja, ja, ich bin doch hier. Ich habe gedacht, du gehst rüber zu ihm. Das, ja, kann ich auch. Macht mir Sinn, weil da kommen die ACRs und W sind's mehr. Was ACRs? Die kommen ACRs. So. So. Ah, Fliegeviecher. Ja, ich bin doch. Ja, ich bin doch. Okay. Okay. Es ist ein hier. Die Miner haben übrigens gar nicht geblühten lassen. Doch, hab ich. Auf die Runde nicht, nein. Da brauche ich doch jetzt hier hin. Zwischen da ran. Guck, ich schreibe einfach hier. Wachkorb. Ich hab mich nicht in die Kugel runtergesprungen. Wir haben es geschafft. Okay. Das ist eigentlich super. Junge. Die neue Taktik funktioniert. Soll ich sehen, wie keine Leute dafür schon wieder Feuer generiert haben? Lürfen sie ja. Hier schwebt irgendein Ball in der Lille? Das sind wahrscheinlich die Bälle von den Slowern. Die bei dir noch nicht wieder ganz weg sind. Ich hab da keinen Ball. Ja. War irgendwann die Kerne gekommen? Oder wo muss ich die Minen erneuern? Also hier beim oberen Kern ist alles in Ordnung. Hier ist auch noch alles. Da haben wir jetzt auch 7 Minen, das sollte für den Anfang reichen. Ich hab hier 3. Gut, dann haben wir hier jetzt 6. Okay. Okay. Die eine ist mir zu nah. So. Jo. Ein Ding noch. Ein Block und dann ist hier unten komplett. Warte mal kurz. Wo? Unten. Wohin denn der Block? Da. Wo rot ist. Genau. Danke. Kann man denn nicht hier noch was? Ach ja. Ach naja. Hier ist. Ah, okay. Okay. Ist hier unten eigentlich auch ein Ventilator für nach oben? Hm. Ah, da, ja. Flair, ein theoretisch wäre eine andere Taktik. Hm. Hier im oberen Bereich, äh, wenn wir den Minen-Turm wegnehme. Den lege ich nur dann hier rumleitet. Also wenn der noch eins weiter darstellt. Äh, für mich. Aber dann hätten sie ja einen kürzeren Weg. So. Ne. Okay. Da kommt der ja so verdankert. Erstring-System rein und so weiter. Ich meine, es müsste länger sein. Übrigens, der Block da stand ganz nutzlos. Danke. Oh, bläm. Der Block, nicht du. Was ich eigentlich eher meine ist... Wo haben die erst... Ne, die haben keinen längeren Ring. Wo ist der Waldmeister? So denke ich nämlich auch. Und selbst wenn, dann müsstest du hier eine Plattform umbauen, weil die nicht mehr den ganzen Halbkreis laufen. Naja. Deswegen ist das doch schon am richtigsten. Ansonsten sehe ich halt, dass... Ach so, ich hab... Ah, ich weiß, wo ich noch eine Plattform flessen kann. Ähm. Am schnellsten hin. So, du, du bring mich da hin. Was man vielleicht noch macht... Okay, ich bin dumm. Das war... Der falsche. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Was denn? Ähm. Dass wir den Raum hier nutzen. Äh, warte. Warte. Den hier. Den könnten wir noch nutzen. Den wir das bisschen anbauen. Wie? Ja, wenn wir... Also aber, aber nee. So großer Nutzen bringt uns das auch nicht, weil wir hier nicht bauen können. Ja. Ja, ein bisschen längere... Weil dann könnten die hier rumlaufen und dann blocken wir das hier so ab. Praktisch. Ja, dann haben wir um L weniger Platz. Ja, genau. Machen wir mal um L weniger Platz. Also... Keine Ahnung. Lassen wir es einfach so, wie es gleich eben war. Okay. Außerdem können wir es ja hier noch viel... noch wesentlich länger... äh... machen. Weil hier haben wir ja die ganzen Tränchen. Die kann man da auch immer nicht bauen. Dann durch die Tränchen die zurückzuleiten, das ist auch wieder ineffektiv. Ja. Nö, warum? Es passt einfach so, okay? Ich sage nur, man hätte es machen können. Wir können alles umbauen, wenn gleich die Riese kommt. Yay. Aber erstmal müssen wir uns hier... mit den Viechern rumschlagen. 300 Punkte. Was will ich noch abreden? Kanone braucht noch 110 auf 3. Und... So, ich glaube, beim Kolossus war ja auch kein Zeitlimit, ne? Kolossus hatte kein... Doch, nein. Kolossus hatte kein Zeitlimit. Dann ist gut. Dann mal die Punkte erstmal, bevor wir was... Äh... Oder brauchen wir noch um was? Wo braucht eine Kanone unten noch auf 3? 4. Ruhigsteh. Ach da. Aber nicht unten. Okay, auf der Map ist das unten, okay. Ist immer blöd, wenn man dann Map unten und Höhenmeter unten hat, ne? Sagen wir doch einfach Nord-Süd und so weiter. Für die Map. Muss ich aber nachdenken. Pff. Hehehe. Ähm. Ja. Das Zeug von meiner Intelligenz. Hm. L-I-C-A. Und so weiter. Och, ich hab hier grad die große Map offen. Periodensystem. Yay. Ich muss so ein paar Elemente. Lithium, Gallium, Gallium. Wie geht die große Map auf? Tapp. Oh, ich hab jetzt auf M gedrückt. Doktor ist natürlich im Periodensystem das siebzehnter Element. Der Doktor hier. Ja. Hehehe. Calcium. Schon nett, ja? Äh, bitteschön. Streu-Laser. Wie kommen die auf SC? Getter. Streu-Cat. Okay. Ne, ne. Scatterlaser. Okay, die sind auf Englisch. Okay, das macht dann Sinn. Haben sie nicht übersetzt? Schlechte Arbeit. Unmöglich, sowas. Die ACP heißt halt ACP, als einziges das. Ja. Traumbar. CA für Cannon, MI für... 1. AM für T, ist klar. Am ist G ist klar, ne? Also, G ist klar. G für Gatling. Kalium für Kairos. Hehehe. Ne, Kalium ist nur K. Ist... ist das Katnium dann? Ne, Kalzium. Kalzium, ja. Katnium wäre CD. Calcium ist C, oder? Ja. Oder ist die Ka? Ja genau, Ka ist da unten. Nur Ka wäre Kalium. Ka gibt's aber, ich weiß nicht. Oh man. Gibt es nur A? Gibt es nur A? Nee, auch nicht. Bis jetzt meistens dran. Ja, Geld ausgeben und los. Gib mal Geld an Simon. Der darf für mich tanzen. Tanz mal. Hübsch. Mal Geld zurück. Nein, kannst aber halt. Wir haben eh nichts anfangen. Seriously? I'm back. Das schaut irgendwie aus, als hättest du Anfälle oder so. Wie kannst du halt nur so ganz leicht drauf tappen. Auf dem... Das ist... Mehr oder weniger schlecht, wie ganz der Foxtrot. So gut wie es halt hier drin geht. Das hätte zumindest ein Foxtrot darstellen sollen. Okay. Das klingt gesund. Und... Ich hab... Lass sogar auf. Habt ihr Spaß? Ja. Wollen wir anfangen? Ja. Können wir, ja. Danke. Äh, okay. Wir bräuchten vielleicht... Südlich nochmal ein paar Kilometer. Komm, 25 Läufer. Wir laufen doch gleich mit runter. Wir werden doch selber gleich kämpfen. Ich klatsche noch ein Laser hin. Ja. So. Reicht. Nein, nein. Noch nicht ganz. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. I'm ready. I'm all set. Ja. Ach komm. Das geht nicht schnell. Okay. Da ist wer am Kern. Ja, aber okay. Ich spawn da gleich wieder. Geht auch weg. Es spawns mittig. Ja, aber ich bin wohl an dem Kern. Hä, ist mir schon. Wir gestorben. Ach du, da kommt ein großer Leifer durch. Ja. Ich bin dabei. Dann so. Okay. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Und da sind sie am Kern. Ja, man hat's gesehen. Die Betäubung hat einen servt. Ja, man hat es gesehen. Ja, geht den einfach nur im Kreis, der mich wirklich trifft. Puh, so, Kern wieder voll auf, wundervoll. Der Lenden auch, ja. Wir schaffen das diesmal. Sieht fast so aus. Hatten wir vorher auch schon zwei Schwämme? Äh, ja. Okay, gar nicht mehr gekriegt. Okay, jetzt der Kolossus. Der hat noch den längsten Weg, die haben wir... Jetzt aber eine Gauss. Ja, ja, klar. Das wohin? Hier neben der ACP, oder? Ja. Wir haben weniger Kanonenturm als sonst. Das ist nur meine Meinung. Aber... Wenn wir irgendwie klarkommen. Ich fand halt nur den einen Kanonenturm cool, der von hier aus noch geschossen hat, die ganze Zeit. Das fand ich sehr praktisch. Der den Kern bewacht hat. Rollen halt nochmal dahin, hast ja genug Geld. Ich habe aber keine Plattform mehr. Und wir haben auch keinen freien Platz mehr. Achso, ja. Ähm, ähm, was war es denn jetzt weg? Theoretischer Laser. Und welcher von beiden? Haben beide praktisch gleich so Schaden. Ich bin in der Luft hängen geblieben, ne? Ich habe meinen Doppelsprung gehabt und dann bin ich plötzlich in der Luft hängen geblieben. Wirklich so. Das hat so cool ausgesehen. Man hat aber nicht gesehen. Man hat aber gesehen, wie ich irgendwie in der Luft hängen geblieben bin, oder? Hat man das gesehen, oder? Ja, das hat man gesehen. Aber das hat so ausgesangt, wie so die Katze, die gegen die Wand springt und hinter das Sofa fällt. Ja. Hast du eigentlich ne Katze? Ja, klar. Ah. Zwei sogar. Ich habe Katzen, er hat Katzen, wir alle haben Katzen. Cats, Cats everywhere. Ja. Wir sind Katzer. Oh Gott. Robbins. Oh Gott. Mein. Du bist live dabei. So, ich glaube, wir haben... Den Kanach nicht gewechselt, ja. So, wir sind noch... Schlimm. Dabei haben wir extra Aufnahmekanäle. Egal. Hallo, Markus. Fühl dich geehrt. Hi. Hi. Ich upgrade immer die Gauss. Dann tötet das. Pum. 100 Punkte. Wohin damit? In die Gauss. Da. In mich rein, danke. Ja. Also entweder Gauss oder Blitzsturm nochmal auf drei. Ja, 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 ja. Ach, ich habe da noch sieben Plattformen, also... Darf ich eigentlich was fragen? Ja, doch. Gerne. Wir werden... Oben acht Leute bei OAS handeln. Wir hätten uns gedacht, wir spielen mal 5 gegen 5 oder 5 gegen 6, falls ihr das habt mitzumachen. Ja, wir nehmen gerade auf. Das heißt, wir haben das schon vielleicht. Oh, okay. So lange. Okay. Ja, das ist eine lange Session, also... Ja, viel Spaß. Alle zusätzlichen. Ja, jo. Ja, jo. Der kann da weg. So, ist zwar jetzt anders als das andere Mal, aber... Mein Bildschirm ist gerade komplett schwarz, weil ich gerade auf diese schwarze Oberfläche schaue. Das ist voll interessant. Schwarz. Schwarz. Wie die Seele. Dunkel wie die Nacht. Schwarzer Kaffee. Okay, ich glaube, das soll zu reisen. Ja, aber irgendwie eine Stürmer ruiniert, oder? Nee, überhaupt nicht. Gut, ähm... Der hier ist nur auf Stufe 2. Schändlich. Das heißt, wir gehen alle auf den Colossus in der Hoffnung, dass der Rest so stirbt, wie immer. Guck. Du hättest ruhig die Gauss abkommen können. Ja, ich sehe gerade. Endlich. Wo haben wir so viele Türme hingesetzt, dass wir an dem großen L-Joint hier einfach keinen einzigen Turm stehen haben? Im ganz kleinen Bereich. Und hier unten. Ah. Im kleinen Bereich haben wir wie viele? Drei, vier... Acht. Sieben. Na ja, gut, acht, wenn man den Kanonen bezählt, ja. Nicht schlecht. Das sollte eigentlich reichen. Ja. Ja, obwohl das letzte Mal sind es auch durchgekommen, an die ganzen Läufe und Kriege. Ja, da hatten wir die Amp aber glaube ich noch nicht da gehabt und so weiter. Die hatten wir erst danach. Ich stelle mal kurz die Gesundheitswerte uns so ein. Was auf wen zielt, ne? Ja. Stimmt, die Gauss muss auch auf meiste Gesundheit. Ich glaube auch fast, dass ich den Drohnenturm hier auch auf meiste Gesundheit stelle, ne? Oh ja. Bestimmt ganz praktisch, ja. Wobei der macht eigentlich auch wenigstens Gesundheit am meisten Sinn, weil dann die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass der auch wirklich das Ziel tötet. Ja. Bei den ganzen kleinen Schießern ist das egal, weil die eh nicht alle zu lange schießen werden. Und der schießt eh random. Ich finde es schön, wie das mit der Garex einfach so ein abgemagertes Stickman ist. Ja. Die Gauss kriegt dann wieder auf den größten, ne? Mhm. Das ist halt der, 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 das High-Stick-Männchen, also. Aber das ist halt der, 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 der puck ist, satten. Aber da, der, 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 der einfach ist. Vielen Dank.